Es wird Zeit für den Cyberspace. Hallo. Warum ich keine Waffe ausgerüstet habe, ist nur noch aus dem Grund, dass man die hier nicht mehr wechseln kann. War schon mal kurz hier drin, deswegen. Gut, okay, leicht verwirrend. Schauen zum Navi- Komm, genau, zum Navi kommen wollten wir. Gut, ich habe jetzt hier irgendwas kaputt gemacht, scheint. Ich habe nur hier den Block runtergehangelt. Gut. Es ist verwirrend, wie man sich vom Cyberspace auch so erwartet. So, verwirrend. Und zur Diagnose will ich wahrscheinlich nicht. Kontrollsystem. Hat man denn nicht sowieso Probleme mit? Aber scheine ich nichts ändern zu können, leider. Dann noch Sensorik. Joa. Auch aktivierbar. Jo. Ah. Ich weiß nicht, ob mich das zerquetschen kann, aber ich möchte es auch nicht ausprobieren. So, also. Ich glaube, jetzt habe ich die Sensoren ausgeschaltet komplett. Ich glaube, jetzt kann hier nichts mehr rein oder raus, also. Ja. Ist Kollateralschaden. Das ist interessant. Ego. Schauen wir mal, ich fahre ich doch was bei der Diagnostik. Weiß nicht, sonst könnte ich da was machen, aber hier ist dann auch Seitengang. Ähm. Mir fehlt die Indoor-Musik ein klein wenig. So dieses leichte elektrische Brumseln. Naja. Gut, ich bin irgendwo drauf. Irgendwo recht weit oben. Das scheint der Ausgang zu sein. Ja. Wäre ich da reingekommen? Vielleicht. Was haben wir hier? Was ist HID? Okay. Ach, ja. Wann dann auch. Also, irgendwo anders scheint es nicht lang zu gehen. Da schwebt... ...der Ancat. Ja, gut. Hat auch was mit dem Navicom zu tun, aber ich bezweifle, dass man da unwahrtes hinkommt. Also. Ja. Was sind welche Sommeropter hinkommen? Ich meine, so von der Physik her... ...apropos Physik, wäre es nicht eigentlich... ...möglich gewesen, das hier schwer loszumachen. Wir hatten auch schon Schwerkraftsänderungen auf dem Schiff. So ein bisschen was mehr System Schock 1-Stil. Ach, keine Ahnung. So. Vorsichtig. Dich. ...mh. Ich bin zweifelstackt, dass es irgendwas bringt. Dich doch immer zu Sternenkarte. Ja. Erstmal runterfallen. Das ist super. Boah. Ja. Gemrun ist nicht so meins. Merkt man, glaube ich, oder? Und Navicon, da hinten ist auch nur eine Fläche. Da scheint nichts drin zu sein. Großartig. Okay. Oder habe ich es schon geschafft? Weiß ich nicht. Weil da war doch eben so ein Datenstrom zum Navicom hin. Da ging von der Sensorik aus. Meine ich doch. Ja. Oh, keine Ahnung. Aber Ariaten sagt ja, dass sie hier nicht mit uns interagieren kann. Also... Nehme ich einmal sich kurz raus, um Updates zu bekommen. Gut. Das wird die Navicom von resetten, die Trajektorie zu retten. Okay. Es gibt ein Kontrollpanel und ein Nacelle. Die Nacelles sind von einem Punkt auf dem Seedek, nur nach dem Engin-Korps. Du brauchst einen Erkaufsweg, weil es eine potenziell habsfähige Umgebung ist. Glücklich habe ich einen, als ich den Sensor-Sweep von dem Schiff gemacht habe. Es ist in der Engin-Korps-Age, gerade am Boden. Der Engin-Korps ist von einem Punkt auf dem Seedek, nur nach dem Nacelles-Age-Punkt. Du brauchst nur den Standard-Krupp-Axzess, um ins Engin-Korps zu kommen. Oh, hi. Ja, ich soll vielleicht eine Waffe wieder anlegen. Hehe. Ach, geh mal hier lang. Ich weiß, dass ich den Medi-Schlüssel habe. Ich weiß nicht, ob ich ihn hier schon nutzen möchte. Hi. Tür zu. Andererseits, es scheint ja nur dieses Ein-Level zu geben. Obwohl ich ihn in den... Danke. Äh, das... So. Okay. Warum auch nicht? Das war doch die Art, die ich brauchte, oder? Gut, dann lasse ich die Karte halt einfach zu mir kommen. Ja, komm. Weichen-Schlüssel hier rein, warum auch nicht. So. Tilling, tilling. Unschamil, der Sauerstoff-Tank. Jetzt verstehe ich's, glaube ich, zum dritten oder vierten Mal schon. Okay, haut er weg? Nein. Okay, dann halt hier lang. So, also. Geh' ich trotzdem in den Weg? Ich glaube schon, ja. So, hinterm Reaktorkern. Also hier irgendwo. Sieht mir zumindest stark nach Reaktorkern aus, die Ecke hier. Unten? Okay. Gut, da komm ich nicht durch, aber hier kann ich schon aufladen nochmal. Hi. Okay. Aber hier war ja, meine ich... Bitte treffen Sie Ihre Auswahl. Bitte treffen Sie Ihre Auswahl. Das war seltsam. Okay. Sie sagt aber C-Deck, nicht B-Deck, ne? Gut. Das will stoppen die Navi von resetting die Trajektorie. Es ist ein Kontrollpanel und auch ein Nacelle. Die Nacelles sind von einem Punkt auf dem C-Deck. Just re... Okay. Also irgendwo hier. Vor den... Vor dem Eingang. Zugang erforderlich. Okay. Das ist eigentlich direkt vor oder neben oder hinter den Nacellenzugang. Ich weiß gar nicht, was es von oben auf Deutsch heißt. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich doppel mich. Ich weiß nicht, was es heißt. Keine Ahnung. Es ist super. Es ist auch gar nicht spät und so. Aber Wut hat sich ja gewünscht, dass ich mehr Parts mache. Also mache ich mehr Parts. Hi. Bewegst du dich? Ja. Okay, kann ich dich vielleicht pullen? Geht das. Aktiviere Offensivmaßnahmen. Würde ich furchtbar gerne hier runter pullen. Aktiviere Kampfprogramm bitte um bestätig auf. Unfair. Du stehst da fürchterlich unangünstig. Na gut, was soll man? Dank. Hi. Und wieder hoch. Diesmal, wenn das Rauter irgendwo anders gelandet ist. Wo er sich nicht an ihm vorbeischleichen kann. Das wäre auch... Nicht effizient. Angenehm. Hoch da unten. Okay. Fast. Alles gut. Wunderbar. Okay, doch nicht wunderbar. Verdammt. Ist das nur eine? Okay. Ich habe mich nicht aufgeladen. Tireli, Tireli. Da habe ich auch keine Batterie dabei. Können wir noch nicht gut genug hacken. Und... Sterbe. Jo, okay. Und haben wir wieder vergessen zu speichern. Meine Güte, nee. Intelligenz heißt ja eigentlich Lernfähigkeit. Aber irgendwie... Naja. Was auch immer. Hopp. Wenigstens verhalte ich jetzt, was ich tun muss. Und das Ganze geht bedeutend schneller. Theoretisch. Ich bin nicht blöd, ich tue nur so. Und sowas in der Richtung, ne? Ach ja. Und... Boop. Hüpf. So. Passt das? Super. Ja, wir heißen dich. Äh, Granaten, die mal nichts bringen. Ich nehme das nächste Mal mit. Den Platz habe ich ja. Gut. Da. Gut. Einmal aufheilen. Und dann... Speichern. 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 Vorher zum fünften Mal. So. Sind ein paar mehr Spielstände, weil ich nachgestellt habe, weil... Ich den Code zur Tür da hinten eingegeben habe, bevor ich ihn gewunden habe. Das mag das Spiel anscheinend nicht. Ei. Komm ich. An dir. vorbei. Einmal nicht. Okay. Gut. Gut, dass ich sie gespeichert habe. Äh, was? Laden. Nicht bespeichern. Das wäre fast fatal geworden. Aber nur fast. Ei. Ich glaube, ich gehe die Pistole nochmal aufladen. Und den Brown Boost direkt mit. Ich glaube, die Inhaltsstation hier ist schneller zu erreichen. So. Und ein Mädchen. Search Corps. Okay. Ich hinterfrage es einfach nicht und schiebe das Ganze auf... ...technische Einschränkungen. ...und oder den Fakt, dass es umständlich wäre. Den nicht als Leiche erscheinen zu lassen, sondern als Objekt. Andererseits kämpft dann die Feministen wieder an, wenn man eine Frau oder ein Mädchen als Objekt sieht. Hi. Du kannst hier durch? Das finde ich nicht schön. Ein kleines, großes Gemetzel. Äh. Wo war die Kanone nochmal? Ja. Okay, warum fährt die hoch und runter? Noch eine A. Ach. Habe ich aufgeladen? Nein, habe ich nicht. Ja. Halt auch hier hinten rum nochmal speichern. Auto-Saves. Ich brauche sie. Ich verwöhne sie an zu viel. Viel zu verwöhnt. Bin ich bei. Hey. Kein Stress. Kein Stress. So. Bobo. Hi. Okay. Komm. Putt, putt, putt. Dein Fleisch wird uns willkommen. Diese Reaktionszeit von dem Teil. Unglaublich. Bin ich nicht. Ich will einfach nur hier durch, verdammt. Oh, Mann. So, nochmal speichern. Okay. Hi. Wirklich. Nein, das Leben hat voll zu bleiben. So. Hi. Wir konnten es ignorieren. So, relax. Ich höre schon wieder Rumble. Warum... Ah. Bist du weg? Ja. Wundervoll. So, diesmal treffen, bitte. Das war genau dazwischen. Oh, super. Ah. So, krieg ich irgendeinen vernünftigen Winkel. Wo sind die überhaupt, die Kanonen? Hi. Ich versuche, ihn hier einfach zu umgehen. So, ich versuche, ihn hier einfach zu umgehen. Ich versuche, ihn hier einfach zu umgehen. Es würde Skill erfordern. Den habe ich offensichtlicherweise nicht. Nein, nicht speichern. Laden. Gut, darüber, wo klage ich mich nicht. Ja, ne? Immer zur Überraschung gut. So, egal, wo die Kanonen sind, ich verstecke mich hier. So, egal, wo die Kanonen sind, ich verstecke mich hier. Meine Güte, was für ein Winkel. Endlich So Riskiere ich es nicht zu speichern, bevor ich mich heimgehe? Ja Dann sucht euch, ihr werdet nicht finden So, ich soll jetzt was genau hier machen? Ich muss nach Zellendinger ja Irgendwie behandeln oder bin ich wieder an der falschen Stelle gelandet? Ach so, ich kann mich einfach hier in den Fahrstuhl stellen, wahrscheinlich Ich hätte auch die Treppe nehmen können Okay Ah Okay, das ist kaputt Gut So Reaktor rein, Reaktorkern Jetzt sind wir Okay Jetzt haben wir das Dann können wir die Nacelles Da ist ein Kontroll-Panel in den Nacellen In den Nacellen, auf der Mitte Auf der Seite Auf der Seite Das ist, auf der Seite Als du nach der Rear Auf der Schiff Press den Button zu stoppen die Photonik-Flexe zu den Engines in den Nacellen In den Nacellen Die Engines in den anderen Nacellen In den Nacellen In den Nacellen In den Nacellen In den Nacellen Press den Button wieder um das Fluch zu wieder bevor es eine Ruptung gibt Der Nacelle zu den Nacellen ist von einer einzigen Tür in der Engineering auf dem Nacellen Auf der Seite Beste Gurken und eine Zumachskarte zu finden Ist das nicht schön? So Hier sollte ich rein, glaube ich Ja Küsten sehen wir uns im nächsten Mal wenn ich das Schiff durch die Gegend schleudere Bis dahin